Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Testics und heute ein kleines Ankündigungsvideo und ihr seht schon eine kleine Neuerung, nämlich ihr seht jetzt gerade mein Gesicht, ich spreche jetzt hier gerade in der Kamera, denn ich habe mir eine kleine Webcam gekauft und habe mir gedacht, die kann ich auch mal direkt nutzen, damit ihr dann nebenbei, während ich euch jetzt hier was erkläre oder einfach zeige, seht ihr dann auch mal mein Gesicht, das macht das Ganze vielleicht nur ein bisschen lebhafter und interessanter und was ihr dann auch seht, ist jetzt hier, ihr kennt es ja vielleicht nur aus dem einen Video, wo ich mit meiner Schwester gespielt habe, habe ich auch mal eine Facecam gehabt und jetzt seht ihr in einem anderen Raum im Hintergrund, dass ich nicht daran umgezogen bin, sondern ich bin gerade in meinem Kinderzimmer, denn morgen ist das Event in Frankfurt und ich bin in der Nähe, sage ich mal, von Frankfurt aufgewachsen und deswegen bin ich jetzt mal gerade bei meinen Eltern und dementsprechend in meinem Kinderzimmer und daher ein etwas ungewohntes Setting oder, naja, was heißt ungewohnt, das ist glaube ich das zweite Mal, dass man meine Wohnung oder mein Zimmer im Hintergrund sieht und jetzt ist es mal ein anderes Zimmer, aber das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen, sondern ich gucke jetzt auch nicht mehr in die Kamera, sondern ich gucke jetzt hier auf meinen Laptop, denn ich möchte euch nochmal irgendwie so ein paar Keydaten nennen, denn morgen ist, also heute haben wir den 16.02. und morgen ist Sonntag der 17.02. und da findet das virtuelle Bundesliga-Event in Frankfurt statt und ich habe gesagt, es wird ein Abonnententreffen stattfinden. Und gehen wir mal hier kurz auf die virtuelle Bundesliga-Seite und gehen auf das Live-Event und dann sehen wir nämlich auch nochmal, weil es wurde jetzt auch nochmal gefragt, wo denn das Ganze stattfinden würde oder wie man da hinkommt und zum einen sieht man natürlich hier die Location, es ist die Commerzbank Arena, weil irgendeiner hat gefragt, hey, Commerzbank, da gibt es nur mehrere in Frankfurt, aber es ist die Commerzbank Arena, das ist das Fußballstadion von Eintracht Frankfurt und da wird es dann, glaube ich, in der Business-Lounge irgendwo stattfinden oder so und dann wurde auch gefragt, wie kommt man denn da hin, dann habe ich einfach mal für euch, schaue ich jetzt mal live den Weg nach, denn wenn man jetzt mal schaut, man ist an Frankfurt am Hauptbahnhof angekommen, HBF, so, Frankfurt-HBF und dann geht man einfach mal Commerzbank, dann macht man das am besten mit Frankfurt, ja, da wird sich auch schon vorgeschlagen und halt nicht mehr, clever, Commerzbank, Commerz, Commerzbank, Commerzbank Arena, ihr merkt es vielleicht, ich bin irgendwie erkältet, es ist richtig bitter, ich bin seit gestern irgendwie schon ein bisschen wieder krank, ich habe pusten und auch schnupfen, das ist schrecklich und da werde ich wahrscheinlich morgen ein paar Leute anstecken, aber ich probiere das zu vermeiden, ich will ja natürlich nicht so aus wie sein, so, und dann gucken wir einfach mal, wenn man um 11 Uhr da sein möchte, wenn man am Hauptbahnhof um 11 Uhr da ist, dann, wie lange man dann quasi zur Commerzbank Arena, braucht, es ist glaube ich nur eine S-Bahn-Fahrt, man sieht es ja genau, Produkte, ist auch geil beschrieben, das Produkt, mit dem wir fahren, ist die S-Bahn und da braucht man 20 Minuten vom Hauptbahnhof und das ist dann ganz einfach, da fährt man nach Frankfurt am Main-Stadion, mit der S-Bahn, in dem Fall, wenn wir mal vielleicht auf Details gehen, sehen wir, dass das die S, wo steht das, S9, die S9 ist, ich gucke mal kurz, ob das immer die S9 ist, ne, es fährt auch die S7 da anscheinend und auch vielleicht die Straßenbahn, okay, also es gibt diverse Möglichkeiten, Straßenbahn 21 und das ist auch meine Devise, also ich werde irgendwann am Frankfurt am Hauptbahnhof ankommen und werde dann einfach mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn zum Stadion weiterfahren und von dort aus wird es dann hoffentlich vernünftig ausgeschildert sein und, ja, es hatte jemand unter meinem Video mehrfach gefragt, wie man hinkommt, das ist zumindest meine Devise, außer ich fahre vielleicht morgen noch mit dem Auto, aber das habe ich mir meinem Papa noch nicht abgeklärt, kann ich auch verstehen, wenn das nicht möglich ist, weil dann wäre das Auto den ganzen Tag in Beschlagnahmung und das will ich ihm auch, ehrlich gesagt, gar nicht zumuten. Der sitzt jetzt gerade oben und weiß davon auch gar nichts, dass ich da mal drüber nachgedacht habe, aber ich mache jetzt hier auch keinen Druck, dass alle sieht das Video und würden sich jetzt denken, what the fuck, was labert der gerade? Also gut, what the fuck gleich nicht, aber er denkt sich so, hm, okay. Und was jetzt auch schon feststeht, habe ich gestern gesehen, die Gruppen wurden schon ausgelost und meine Gruppe steht auch schon fest, oh, hm, ich meine prinzipiell kennt jeder inzwischen, der sich ein bisschen mit meinem Kanal beschäftigt, meinen Real-Life-Namen und prinzipiell werde ich es morgen auch nicht mehr verbergen können und dementsprechend kann ich auch mal meine Gruppe zeigen. Ich bin in Gruppe 12 und ich bitte jetzt davon abzusehen, mir irgendwelche random Facebook-Freundschaftsanfragen zu schicken, ich werde sie eh nicht annehmen, solange ich euch nicht kenne. Und hier seht ihr, ich bin hier momentan noch auf Platz 4, ich hoffe, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Okay, und ich spiele hier gegen Christian Wormkel, Stefan, Albert und Arthur Will, also meine Gegner in der Gruppe, ich kenne natürlich keinen von ihnen, also, außer jetzt, das ist einer von Brogamer, aber ich habe mal nach dem Namen geschaut, ich habe jetzt nichts direkt gefunden in Bezug zu FIFA, also von daher hoffe ich, dass es jetzt nicht die krassesten Spieler sind und dass ich dann auch die Gruppenphase überstehen kann und dann denke ich Schritt für Schritt quasi in diesem Turnier. Und ansonsten findet ja morgen auch das Abonnententreffen statt. Ich kann jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, wenn ich da sein werde. Es ist einfach nur so, dass die Anbindung sonntags zur Commerzbank Arena für mich so ist, dass ich, wenn ich einen Zug verpasse, dass ich eine Stunde später quasi im nächsten Zug fahren kann. Ich wohne hier in der Waller High. Und daher bin ich recht unflexibel, was meine Einkaufszeiten betrifft. Ich glaube, ich werde dann anstreben, um 10.30 Uhr ungefähr da zu sein und ich brauche eineinhalb Stunden oder, warte mal, ich glaube, für mich sind mögliche Abfahrtszeiten entweder 9.30 Uhr oder 10.30 Uhr oder halt 8.30 Uhr, sowas, immer um den Dreh, immer so halb 9, halb 10, halb 11. Und ich, ach, ich muss mir mal überlegen, ob ich das jetzt hier eingebe, wie ich zu fahren habe, aber dann wisst ihr auch, wo ich wohne. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass das jetzt bekannt ist. Also, das schreibe ich dann auf jeden Fall nochmal auf. Also, es wird sowieso so sein. Diejenigen, die vor Ort auch sein werden, genau, das wollte ich auch sowieso erzählen. Greife ich gerade mal zur Seite. Ich werde morgen wahrscheinlich die ganze Zeit mit diesen Kopfhörern umlaufen, weil ich auch meine Spiele mit Kopfhörern machen werde. Und ansonsten werde ich die wahrscheinlich die ganze Zeit so um meinen Hals haben. Ich hoffe nur, dass die mich nicht abschnüren werden. Das sind die Kopfhörer, die ich, mal ein bisschen Product Placement hier, von dem YouTuber-Turnier gewonnen habe, EA Sports. Monster-Kopfhörer, die kennt man anscheinend, wenn man sich ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigt. Monster, irgendwie die Studio Beats oder sowas von Dr. Dre, die scheinen irgendwie richtig bekannt zu sein. Und da habe ich hier quasi so eine Limited Edition gewonnen, weil es das damals noch nicht in Serie gab, dieses Headset. Und damit werde ich morgen wahrscheinlich die ganze Zeit rumlaufen. Und dann werde ich entweder, warte mal, mal kurz, das so um meinen Hals tragen. Oder wenn ich spiele, werde ich es dann auf meinem Kopf tragen, logischerweise. Und so könnt ihr mich dann auf jeden Fall, denke ich, erkennen. Ansonsten seht ihr jetzt auch nochmal mein Gesicht, das ist ja auch, sag ich nochmal, dienlich. Und dann, wenn ihr mich seht, und ich habe gerade die Kopfhörer runter, das ist dann so eine Phase wahrscheinlich, wo ich dann auch gerne bereiter bin, dass Leute mit mir sprechen und so weiter. Wenn ich die Kopfhörer aufhabe, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich mich gerade irgendwie konzentrieren möchte oder irgendwie abspannen möchte, keine Ahnung. Die Kopfhörer muss ich euch ehrlich gesagt sagen, sind nicht so bequem. Also ich kann mir nicht vorstellen, mir die fünf Stunden am Tag dauerhaft auf meinem Kopf zu tragen, weil sie dann doch, man sieht es ja auch, dann doch nicht so schraubzwängenmäßig drauf sind. Und deswegen kann ich die nicht den ganzen Tag tragen. Aber ich könnte mich an denen erkennen, denke ich, weil ich nehme an, dass ich der Einzige sein werde, der die trägt. Außer, die machen es so, ich labere schon wieder total viel. Ich wollte gar nicht so viel erzählen, ich wollte es total kurz halten. Aber inzwischen sind die nämlich in Serie gegangen und die gibt es inzwischen auch, zumindest in den USA, normal zu kaufen, aber mit einem minimal anderen Design. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass die Leute von EA auch mit den Dingern rumlaufen werden, aber die sehen minimal anders aus. Aber ich denke, daran könnte man mich sicher nicht gut erkennen. Dann könnte mich auch anlabern, habe ich ja gerade schon beschrieben. Und ansonsten werde ich auf Facebook, denke ich, hoffentlich regelmäßig auch irgendwie Updates geben, wie meine Spiele ausgegangen sind oder wann ich vielleicht im Livestream zu sehen sein werde. Das letzte Mal mache ich ja in München drei Spiele im Livestream und ich hoffe natürlich auch heute, nee, nicht heute, auch morgen wird es der Fall sein, dass ich vielleicht mal im Livestream spielen kann. Das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt erfolgreich spiele und weit komme, ist die Wahrscheinlichkeit höher und dementsprechend hoffe ich es natürlich auch, dass ich Livestream-Spiele haben werde. Und dann werde ich das aber vielleicht auch entsprechend ankündigen auf meiner Facebook-Seite. Das heißt, diejenigen, die morgen auch nicht da sein können, können gerne auf meiner Facebook-Seite verfolgen, wie das ganze Turnier für mich läuft. Vielleicht schreibe ich auch auf YouTube ein paar Feeds. Da gibt es ja auch so eine Funktion, warte mal. Auf der Facebook-Seite Browse-Videos. Das wird ja auf Englisch gestellt, wie ihr seht. Und da gibt es hier sowas wie Feed. Und da kann ich ja Sachen reinschreiben. Das habe ich schon mal erklärt. Und dann seht ihr das, wie es gerade bei mir läuft. Und da könnt ihr das dann auch vorwiegen, denke ich, auf Facebook. Und dann auch für diejenigen, die vor Ort sind und mich noch nicht gefunden haben, werde ich vielleicht vor Beginn des Turniers einfach mal schreiben. Weil ich weiß ja nicht, wie die Location vor Ort aussieht. Und dementsprechend kann ich jetzt noch nicht sagen, ich stehe an der Ecke X. Sondern ich werde dann vielleicht auf Facebook, sobald ich da bin, sobald ich mich eingefunden habe, sobald ich sehe, wer von EA da ist. Das weiß ich auch noch nicht. Ob da jemand da ist, den ich auch kenne, vielleicht labere ich mal mit denen noch mal ein bisschen kürzer. Und da werde ich einfach mal schreiben, wo ich vielleicht gerade zu finden bin. Weil es soll ja auch ein Abonnententreffen stattfinden. Und das wird, denke ich mal, vorwiegend dann vor dem Turnier sein. Oder unter Umständen, wenn ihr so lange da seid, auch nach dem Turnier. Und es hängt natürlich auch davon ab, wann ich ausscheide. Aber ansonsten freue ich mich auf jeden Fall morgen auf das ganze Event. Ich freue mich erstens, weil ich richtig Bock habe zu zocken. Also ich rechne mir auch, sag ich mal, ein bisschen was aus. Also ich sage, dass ich schon, wenn ich meine Leistung abrufe, gute Chancen habe, weit zu kommen. Aber kann sein, dass ich dann vielleicht recht früh auf jemanden treffe, der einfach besser spielt. Oder einfach in dem Moment seine Leistung gebracht hat, wenn ich nicht. Dann fliege ich halt für raus. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass ich so ein bisschen überzeugen kann. Und dann freue ich mich, also ich freue mich auf das Event an sich. Und ich freue mich, wenn irgendwelche Leute da sind, die wegen mir da sind. Ich denke, das wird es nicht geben. Nur wegen mir, glaube ich nicht. Aber es gibt ja ein cooles Event noch dahinter. Und jeder, der da ist und mich erkennt und mich kurz anlabert, das freut mich einfach cool. Und mich vielleicht auch vor Ort unterstützt. Das fände ich mega geil, wenn ich mir vorstelle. Da stehen da so ein paar Leute und die freuen sich einfach, wenn ich gewinnen sollte. Oder wenn ich spiele, unterstützen mich. Richtig cooles Gefühl. Und deswegen darauf freue ich mich, wenn das so sein sollte. Wenn ich, ist es auch nicht schlimm. Okay, jetzt habe ich genug gelabert. Ihr wisst Bescheid. Nochmal die Erklärung hier. Vom Hauptbahnhof, mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn. Zur der Haltestelle Frankfurt am Mainstadion. Das ist ganz einfach zu finden. Und dann hier meine Gruppe. Habt ihr jetzt auch schon gesehen. Und ich werde, wie gesagt, so zwischen 10 und 12 Uhr da sein. Ich werde es vielleicht heute Abend nochmal auf Facebook. Oder ich werde vielleicht auf Facebook schreiben, sobald ich losfahre. Und ich weiß, wann ich da sein werde. Und dann will ich nochmal schreiben, wo ich dran zu finden bin. So. Das wollte ich alles erzählt haben. Habe ich jetzt auch erzählt. Und wie ihr mich erkennen könnt. Was ich anhabe, weiß ich es noch nicht. Das entscheide ich vielleicht morgen spontan. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich anquatscht. Und das ist mein Desktop. Den solltet ihr eigentlich jetzt nicht sehen. Aber habt ihr kurz gesehen. Wie dem auch sei. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen. Und wenn nicht, dass ihr mich unterstützt, wie auch immer. Oder einfach das Ganze verfolgt. Vor allem. Achso. Wollte ich noch kurz sagen. Sieht man jetzt ja auch hier. Hier wird es dann einen Livestream geben. Habe ich ja eben schon angedeutet. Hier nochmal konkret. Auch auf der virtuellen Bundesliga-Seite kann man dann auf den Livestream kommen. So. Damit sind wir am Ende. Und. Ich habe alles gesagt. Hi. Ich bin Kassen-Sauber. Euer Thais.